Ja Arnold, heuer am 30. Juli feierst du deinen 70. Geburtstag. Und dazu möchte ich dir einmal ganz herzlich gratulieren und dir viel, viel Gesundheit wünschen. Was mir sehr am Herzen liegt, ist, bei deinem letzten Besuch in Graz habe ich dich gebeten, ob du mit mir so ein kleines Trainingsvideo drehen kannst. Und ich bin immer noch der Hoffnung, dass du irgendwann einmal sagst, ja Karl, das werden wir machen, das machen wir. Und dazu muss ich sagen, da habe ich mich jetzt schon vorbereitet und bin deswegen brav im Studio und brav trainieren, damit ich nicht ganz neben dir abfalle. So Arnold, jetzt gehen wir es an. Jetzt machen wir ein oldschool-Training wie vor 50 Jahren. Und zwar unsere Liebe, es waren immer Klimmzüge, Bizeps-Girl und Bankdrucken für die Brust, eine gescheite Brust. Ja, weil du erst nicht oben bist, Arnold, habe ich mich als meinen Trainingspartner. Und der Michi macht mit mir zusammen den YouTube-Kanal und er unterstützt mich beim Training, weil du eben nicht oben bist. Jawohl, Karl, mit dem Song Hey, Anni, wünschen wir dir zu deinem 70. Geburtstag alles Gute, viel Gesundheit, Glück und Erfolg. Lieber Arnold, zu deinem 70. Geburtstag wünschen wir dir alles Gute. Wir möchten an dieser Stelle auch Danke sagen. Danke, dass du weltweit Millionen von Menschen inspirierst. Danke, dass du auch uns inspiriert hast. Als ich ein Kind und Jugendlicher war, habe ich deine Actionfilme sehr gern gesehen. Heute inspiriert mich deine innere Einstellung. Die innere Einstellung zu den Dingen, alles im Leben meistern zu können. Wenn man fest an sich glaubt, sein Ziel immer vor Augen hat, sich nicht von Neinsagern abbringen lässt und hart dafür trainiert. Du hast uns was gegeben und nun möchten wir dir was geben. Wir haben deine Rule No. 6, Give Something Back, berücksichtigt, beherzigt. Und nun sagen wir mit dem Lied Hey, Anni, alles Gute zum Geburtstag. Und versprach sein ganzes Leben, I'll be back in Austria, ihr Freunde, das ist klar. Hallo, servus Arnold. Du, so schnell wie die Zeit vergeht. Jetzt werden wir 70 Jahre. Und wir erinnern uns noch alle an diese Zeit, wo wir eigentlich in die Volksschule gegangen sind, in der Halle, wo wir wirklich viel Spaß gehabt haben, am Thalersee und überall. Und das ist eine tolle Zeit war. Und heute ist dein Geburtshaus ein Museum. Ich meine, das ist ja ganz, ganz, ganz was Tolles. Und wir freuen uns erstens einmal sehr viel, wie viele Besucher das kommen und die alle Fans sind von dir. Und das ist das Wichtigste und dass man die Freundschaft und dass die Freundschaft so lange eben erkalten hat. Servus Arnold, auch ich möchte dir zum 70. alles Gute wünschen. Weiterhin viel Gesundheit und alles gut. Also, dass du so bleibst, wie du jetzt bist. Vor allem gesund. Und ich möchte bedanken, dass du uns nie vergessen hast, dass du uns immer wieder besuchst. Und vor allem möchte ich sagen, unsere Kindheit war ein Traum in Thal. Ich möchte auch nie missen. Und was soll ich da sagen? Alles Gute zu deinen 70ern. Danke. Hallo Arnold, ich freue mich, dass auch ich dir zu deinen kommenden 70ern alles, alles Gute wünschen kann. Und noch mehr freuen würde ich mich, wenn du in Franz und mir einmal in den neuen Häusern besuchen kommst. Beim US-Stein ist ein Mega-Hit. I'll be back. Oh yeah.